Hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Entschuldigt, falls ich etwas müde erscheine, aber ich wollte gerade Leo davon überzeugen, dass das so ist, dass Gurken lecker sind. Also keine Essiggurken, sondern Gurken, normale Gurken. Und ja, es war nicht seine Leidenschaft. Aber dadurch, dass ich das gemacht habe, ist mir wieder ein Gespräch eingefallen, das ich gestern mit meiner Mutter geführt habe. Und zwar über folgendes. Gestern habe ich mit meiner Mutter über die neue Apple-Produkte und dass ich ja jedes Jahr ganz gerne immer ein neues elektronisches Gerät einrichte und dass das irgendwie so mein Hobby ist, gesprochen. Und ja, da dachte ich, ich erzähle euch mal so, was ich so hobbytechnisch bei mir getan hatte in den letzten Jahren und wie ich das immer so gesehen habe mit Hobbys. Also, fangen wir an. Am Anfang, als ich ein kleines Mädchen war, habe ich ganz viele Sachen probiert, die mir so Spaß gemacht haben, mal ein bisschen Diät, ein bisschen da. Und ja, ich war in allem irgendwie so tödlich, dass ich das nicht anders formulieren kann. Aber ich war ja so, meh. Also, es war nicht unbedingt so ein Erfolgserlebnis für mich. Und dann, irgendwann, als ich dann zur Elbe war und mein Asperger anfing, ja, mein Gehirn umzubauen, anders kann ich es jetzt nicht formulieren, da habe ich dann neue Interessen entdeckt und neue Hobbys. Entschuldigt übrigens für dieses komische Geräusch. Ich habe gerade meine Beine ausgestreckt. Ja, und dann habe ich angefangen, mich für Sachen zu interessieren, die ich mich bis dato gar nicht interessiert habe. Und auch andere Serien habe ich dann geguckt. Also, als Kind habe ich immer ganz gerne Weihnachtsmann und Co. KG geguckt. Aber ich konnte mir nie den Text von irgendwas merken, von den Liedern. Und inzwischen kann ich den Text so auswendig, dass ich den meiner Mutter gestern Nacht rezitiert habe. Rezitiert habe. War das jetzt richtig, Mama? Oh Mann, ich habe gerade einen Worthänger. Ich habe sie wiedergegeben. Entschuldigt. Ich bin etwas müde, langer Tag, und da kriegt man einen Worthänger. Gut, dann eins meiner größten Hobbys ist immer die Ausrede benutzen. Ich bin müde, ich habe schlecht geschlafen. Das ist so. Das mache ich unglaublich gerne. Also, ich kenne niemanden, der so oft und so intensiv müde ist wie ich und das auch immer als keine Scham davor hat, das als Ausrede zu benutzen. Das ist so meine Beschäftigung Nummer eins. Ja, und dann ist es so, dass mein anderes Hobby ist natürlich Elektronik. Ich bin jemand, ich richte unglaublich gerne neue Handys oder Tablets oder Computer oder Laptops oder irgendwelche Sachen ein. Das mache ich sogar so gern, dass ich überlegt habe, ob ich das nicht irgendwie auch für andere Leute tun sollte. Natürlich würde ich damit dann kein Geld verdienen wollen, weil ich mache es ja gerne. Ich erkläre ihnen aber auch im Austausch nicht, wie es funktioniert. Ich richte es ihnen ein, sodass sie dann mitarbeiten können, aber ich erkläre nicht, wie es funktioniert. Ja. Das ist nämlich mein Hobby, das Einrichten, nicht das Erklären, wie es funktioniert. Da bin ich überhaupt nicht gut. Ja, was habe ich denn noch so gern gemacht? Ich male unglaublich gerne Bilder. Ja. Ihr werdet jetzt mal, ich werde euch, ja gut, hier hängt keins, entschuldigt. In uns im Gang hier überall hängen bei mir Bilder und die habe ich meistens selbst gemalt. Und ja, ich bin nicht gut im Malen, das kann ich jetzt nicht sagen, finde ich für meinen Teil. Meine Mutter findet sich gerne gut im Zeigmalen, ja gut im Malen. Mein Vater sagt es mir auch. Aber ich für meinen Teil, ich finde die Malen, ich bin nicht so wirklich so das Gelbe vom Eich. Weil ich habe immer so ein Bild im Kopf und das auf die Leinwand zu bringen, das ist irgendwie dann immer schwer. Naja, zur Zeit aber finde ich, ist es für mich etwas einfacher, weil ich habe gerade ein Projekt angefangen, ein neues Bild. Vielleicht habe ich das schon in meinem Update erzählt, dass ich ein neues Bild angefangen habe. Und ja, auf jeden Fall, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich habe es erwähnt. Und ja, auf jeden Fall habe ich dieses Bild angefangen zu malen und wollte ich anfangen und habe mich eigentlich praktisch fast drei Wochen drum gedrückt. Und dann irgendwann war es so, dass mein Vater zu mir, also dass ich mit meinem Vater zusammen angefangen habe, habe ich meinen Vater gefragt, ob er mir hilft. Und dann hat mein Papa mit mir an diesem Sonntag angefangen, dieses Bild zu malen und es sieht bis jetzt richtig toll aus und ich bin total begeistert. Und das Schönste für mich an dem Bild ist, dass ich es einfach mit meinem Dad zusammen machen kann und er dann das, was ich im Kopf habe, mehr oder weniger auf die Leinwand bringt. Das ist das Lustige daran. Ja, ein weiteres meiner Hobbys ist, ich koche sehr gerne. Naja, sehr gerne ist relativ, aber ich koche halt. Und ja, ich backe, aber was ich wirklich gerne mache, ist backen. Ich mag backen. Ich bin jemand, ich liebe die Herausforderung des Backens, weil ich finde, dass es so eine gewisse Logik folgt. Du kannst nicht immer viel mehr Mehl dazufügen, weil wenn du zu viel Mehl dazufügst, dann wird der Teig trocken. Dann kannst du auch nicht zu viel Flüssigkeit dazufügen, sonst braucht er ewig im Ofen und so. Und diese Logik am hinteren Backen, die hat mich schon immer fasziniert. Und besser gesagt auch dieses, dass du immer genau die richtige Grammzahl brauchst, weil sonst funktioniert es meistens nicht. Aber jetzt ein Tipp für alle, die backen wollen. Wenn irgendwo in einem Rezept steht, dass man Hefeteig macht, glaubt mir. Ja, der Hefeteig, dem ist es total Wurstwumpe egal, ob ihr den Hefeteig jetzt erst 30 Minuten gehen lasst, dann nochmal kneten, dann nochmal 30 Minuten gehen lasst, oder ob ihr ihn einfach nur eine Stunde dann am Stück gehen lasst. Und dem ist auch egal, ob ihr die Zutaten vorher einzeln verrührt oder nicht. Am Ende des Tages ist es eh im Teig klumpen. Also schmeiße ich da immer alles direkt in die Schüssel rein. Meine Tante, die gut backen könnte, würde da jetzt eher was anderes, glaube ich, sagen. Aber ich für meinen Teil finde eben, dass es dem Teig egal ist. Ja, was ich für mich gemerkt habe, ist, ich habe keine wirklich richtigen Hobbys. Weil ich mache alles, was ich mache, mache ich eben. Und alles macht mir auch in gewisser Form Spaß. Aber ich würde jetzt nie sagen, dass ich in einer Sache wirklich total glänzend rausgehe, oder dass ich da wirklich gut darin bin. Aber ich glaube, das muss man, wenn es ein Hobby ist, auch gar nicht. Wenn ich gerade so drüber nachdenke. Ja, dann ist eigentlich, ist es, glaube ich, im Hobby egal, ob man darin wirklich gut ist. Was ich glaube, was das Wichtigste ist, egal was euch da draußen Spaß macht, Egal, was eure Zeit, was ihr gerne mit eurer Zeit machen wollt, macht es. Weil es langs keine anderen verletzt, noch nicht euch. Dann macht es einfach. Weil alles was, ihr müsst doch nicht gut sein, ihr müsst doch nicht weder irgendwie total herausstechen, ihr müsst damit weder Geld verdienen, noch müsst ihr damit irgendwie euer Leben verändern, sondern im Prinzip muss, glaube ich, ein Hobby einfach nur Spaß machen. Und wer muss es nicht tun? Und im Moment, glaube ich, wenn es nach dem Motto geht, ist mein allergrößtes Hobby einfach, Leo beim Rennen zuzugucken. Weil, wenn der da so seine Hüpfer macht, das ist einfach unglaublich. Ja, ich glaube, das war alles, was ich zu diesem Thema sagen kann, weil ich werde jetzt langsam richtig müde und ich glaube, ja, ich folge meinem allergrößten Hobby, nämlich schlafen. Oh Gott, das hätte ich jetzt vielleicht nicht so sagen sollen, aber, ja, das ist mein größtes Hobby. Die ganzen, ich schlafe gerne und zwar minimum 10 Stunden. Ja, und ich denke, dem Hobby werde ich jetzt nachgehen. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Ich hoffe, dass ich dann etwas weniger müde bin. Bis dann und nicht vergessen, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Hobbys sind. Oder ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.treatmeatoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine tolle Zeit. Bis dann. Tschau. Ach ja, eins hätte ich noch vergessen. Und natürlich eins meiner beiden und eins meiner größten Hobbys ist natürlich dieses YouTube-Ding. Mann, hätte ich jetzt fast vergessen, weil ich so, ey, es ist irgendwie schon für mich so total, ja, es ist sowas Tolles und ich freue mich jedes Mal, es zu machen, aber ich vergesse es immer wieder, dass es auch ein Hobby ist, weil es einfach für mich sich anfühlt, als ob ich es schon ewig mache. Und ja, ewig ist jetzt bei mir schon zwei Jahre, weil am 9.9. habe ich mein zweijähriges gehabt. Und ich möchte alle da draußen sagen, die mir zugucken, dass ich es richtig toll finde, dass ihr mir zuguckt, dass ihr euch für meine Videos interessiert. Gut. Das war jetzt aber wirklich der Abschluss. Hätte ich vielleicht etwas früher sagen sollen. Bis nächste Woche. Ne, warte, bis Freitag. Bis dann. Ciao.